Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem wahren und echten Marvel Super-Villain-Tier-List. Heute schauen wir uns aus dem MCU mal die verschiedenen, ja, Bösewichten an und ranken die. Nach geil, cool, okay, naja und nein. So und da starten wir rein mit Abomination. Und jetzt mal ernsthaft, ist hier in der Community, ist irgendwer, der das Video guckt und sagt, Hulk gehört zu seinen Lieblingsfilmen und auch The Abomination in Hulk war cool. Gibt's da jemanden? Für mich ist der Film von vorne bis hinten kacke und Abomination ist einfach nur schlecht umgesetzt. Es ist einfach, nein. 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 Übrigens, wenn ihr irgendwas anders seht oder mir zustimmt oder so, dann lasst das gerne unten in den Kommentaren da. Würde ich gerne mal wissen, beziehungsweise interessiert mich ja immer sehr. Alexander Pierce, ey, unspektakulärer ging es wirklich nicht, oder? Ging's wirklich unspektakulärer? Nein. Ich fand ihn aber auch nicht kacke. Also, wie soll ich sagen? Ich fand ihn nicht so kacke wie Abomination. Versteht ihr, was ich meine? Ich fand ihn langweilig, aber nicht so kacke wie Abomination. Also, mit einem zugedrückten Auge zu, naja. Dormammu, I've come to bargain. Von Dormammu haben wir eigentlich gar nichts gesehen. Dormammu hat einfach nur in 10 Minuten 370 Mal, ähm, Dr. Strange getötet. Ich weiß nicht, ob sie sich Dormammu irgendwie aufheben wollen für noch einen Film oder so. Aber wir haben von Dormammu kaum was gesehen. Und dieser Charakter bietet so viele Möglichkeiten. Deshalb, ich sage einfach mal, ich setze Dormammu auf okay. Weil, ich einfach noch genug Potenzial in diesem Charakter sehe, als wenn er wiederkommt, dass wir davon einfach, ja, ein besseres Bild bekommen. Hoffentlich. Ego ist halt schon anders im Vergleich zu den Comics. Ist halt, wie soll ich das hier klären? Ego ist im Großen und Ganzen okay. Aber mir fehlt halt in diesem Charakter irgendwie mehr Tiefe. Eigentlich will er nur alles und jeder sein. Und versucht das mit allem und jedem. Aber so wirklich, so wirklich gecatcht hat mich dieser Charakter halt einfach nicht. Deshalb, in einem großen und ganzen guten Film ist dieser Gegner eher so okay. Da hätte man durchaus mehr Potenzial gehabt. Dann wäre auch der ganze Film besser geworden. Ghost spaltet ja wirklich alles. Viele sagen, Ghost ist richtig kacke und kann man sich sparen und was weiß ich nicht. Aber, auch wenn dieser Charakter nicht die nötige Tiefe hatte. Und einfach nicht, man diesen Charakter nicht für sich selber reflektieren konnte. Fand ich sie irgendwie, irgendwie akzeptabel. Irgendwie fand ich sie akzeptabel. Reicht definitiv nicht für ihn gut, aber akzeptabel irgendwie schon. Justin Hammer. Gibt es irgendwen von euch, der sagt, Justin Hammer war geil? Nein? Sag es mir in den Kommentaren. Hela war halt richtig OP. Hela war halt richtig stark. Und hat halt den nötigen Flair in den Film reingebracht. Den wir brauchen in Thor Ragnarok. Aber, irgendwie habe ich Hela für mich nicht gewinnen können. Weil ich keine Sympathien für diesen Schurken hatte. Oder diesen Schurken hatte. An für sich war sie ein guter Gegner. Aber es hat mir was gefehlt. Es hat mir was gefehlt. Es reicht tatsächlich, glaube ich, für ihn cool. Weil sie damit wirklich... Wie soll ich es sagen? Sie hat die nötige Gegenwehr gebracht, um Thor Ragnarok wirklich zu einem guten Film zu machen. Aber auch da wäre Verbesserungsmöglichkeit gewesen. Iron Monga für Iron Man 1. Ja, okay. Wäre mehr drin gewesen, aber... Für das, was er halt ist, hat er das Bestmögliche rausgeholt. Sagen wir es einfach mal so. Kaiselius ist für mich einfach super, 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 super lame. Und super, super hässlich. Diese Augen und dann dieses... Also, dieses ganze Gesicht und was weiß ich nicht. Nee. Ich mochte diesen Charakter von Anfang an nicht. Ich mochte ihn von Anfang an nicht. Ich kann euch ja nicht erklären, warum. Vielleicht habt ihr eine Erklärung dafür. Oder wenn ihr nicht leiden könnt, dann sagt mir das mal. Eric Killmonger hat für mich die Marvel-Ehre gerettet. Und Eric Killmonger ist der Schurke, den man braucht. Er hat eine super nachvollziehbare Storyline. Also eine Intention, warum er das Ganze tut. Man kann ihm irgendwie folgen. Er ist ein Charakter, dem man irgendwie Sympathien abgewinnen kann. Weil sein Handeln auch irgendwie cool durchdacht war. Und der ein cooler Charakter war, weil er es so lästig genommen hat. Und er hat halt erstmal Black Panther so richtig fertig gemacht. Und eigentlich wäre ja Killmonger auch der Thron. zugesprochen gewesen. Weil sind wir ehrlich, er hat gewonnen. Ist halt einfach so. Eric Killmonger hat für mich einfach die Ehre gerettet. So bei Loki ist es jetzt so eine Sache. So ein richtiger Schurke ist er ja irgendwann nicht mehr gewesen. Das heißt, wir bewerten Loki nur bis dahin, wo er ein Schurke ist. Und nicht mehr bis er ein Anti-Held geworden ist. Sondern nur den Schurken-Loki. Und ja, ist er auch cool gewesen. Cooles Outfit, coole Storyline. Er hat richtig coole Tricks gehabt. Und einen geilen Humor. Ich glaube, mehr muss man dazu eigentlich nicht sagen. Mehr muss man dazu nicht sagen. Und zu Malekith habe ich auch nicht viel zu sagen. Malekith. Es ist ja mal Malekith. Real Talk. Wer von euch da draußen würde Malekith auf was anderes als Nein setzen? Irgendwer da draußen? Red Skull hingegen ist ein No-Care-Charakter. Gegen Captain America, ja. Auch da das Serum hat nicht gewürgt und so weiter. Unterscheidet sich zu den Comics schon ein bisschen. Aber im Großen und Ganzen halt okay. Ich meine, er hätte den besseren Schurken abgeben können. Und auch später das mit dem Seelenstein. Es war okay. Im Großen und Ganzen war es okay. Übrigens, falls ihr noch ein Video haben wollt über die Marvel-Super-Schurken. Warum sie in den Comics cooler sind als in den Filmen. Schaut mal bei der Comic-Laden vorbei. Da bin ich auch bei dem Video dabei. Und stelle unter anderem den nächsten Charakter vor. Nämlich Ronin, den Ankläger. In den Comics deutlich cooler. Sein Hammer ist viel, viel heftiger als der in den Comics. Er kann einfach viel mehr damit machen. Und Ronin im Großen und Ganzen wirklich einen, den ich irgendwie mag. Als Anführer der Kree, er ist halt einfach so ein richtiger Badass. So ein richtiger Badass, der von sich selber überzeugt ist und wie soll ich sagen, einfach einen coolen Charakter abgibt. Für mich schon doch cool. Jetzt mal im Ernst. Irgendwer da draußen, der es anders sieht. Irgendwer. Ich denke nicht. Ich glaube, Thanos heben wir uns für den Schluss auf. Thanos heben wir uns für den Schluss auf. Altschimp ist hingegen einer, der super, super schlecht inszeniert worden ist. Er hat so viel mehr Potenzial gehabt in den Filmen. Age of Ultron. Man hatte irgendwie ein bisschen Sympathien für ihn. Aber er hatte so viel mehr Möglichkeiten gehabt. Er war nicht kacke. Aber er war einfach deutlich unter seinen Möglichkeiten. Deshalb. Naja. Bulture bei Spider-Man Homecoming war cool. Man kann seine Intention irgendwie ein bisschen nachvollziehen. Seine Art, wie er drauf ist, ist cool. Dieses Gnadenlose, seinen eigenen Typen da einfach niederzubrennen. Und dann diese Szene mit ihm und Peter Parker im Auto. Das war schon episch. Das war schon episch. Whiplash ist für mich wieder so ein Charakter. Er kommt aus Iron Man 2. Und Iron Man 2 ist für mich sowieso... Nicht unter richtig Scheiße, sondern eher so... Als der Winter Soldier wirklich noch ein Schurke war. Diese Bucky Storyline. Dieses... Oh, als Captain America versuche ich Bucky zurückzuholen. War irgendwie geil. Diese Möglichkeit halt, ihn einfach zu hypnotisieren wieder. Beziehungsweise halt mit diesem Text wieder in seine Winter Soldier Form zu versetzen. Sodass er alles und jedes Niedermatt... Ist schon geil. Bucky hat sich halt auch wirklich gut entwickelt. Muss man einfach sagen. Die, die dann irgendwie gut geworden sind, sind halt auch irgendwie cool. Yellowjacket. Auch meiner Meinung nach unter den Möglichkeiten. Ich hab ihm wirklich nichts abgefunden. Wirklich gar nichts. Keine Sympathien, kein gar nichts. Aber im Großen und Ganzen für den Film, für die Stimmung war er akzeptabel. Aber für mehr reicht's auch nicht. John Rock... Mit diesem... Wie soll ich das erklären? Mit diesem Switch, dass er ja dann doch der Böse ist und nicht nur der Mentor von Captain Marvel. Fand ich das cool in Szene gesetzt. Ihn als Charakter hingegen... Ihn als Charakter würde ich sagen, okay... Vielleicht sogar, naja. Die Storyline um ihn rum war eigentlich cool. Und wenn ich das irgendwie so ins Verhältnis setze, dann kommt bei mir im Großen und Ganzen ein Okay raus. Wenn ich wirklich sage so, seine Storyline war cool und sein Ich war so, okay, naja, dann landet er halt irgendwo da. Baron Semu mit Daniel Brühl, ein super guter Schauspieler. Er hat ihn super gut dargestellt. Komplett anders als in den Comics. Er hat ja wirklich gar nichts miteinander gemeinsam, außer den Namen. Und das, was er im Film gezeigt hat, halt seine Storyline, seine Intention. Und dann wie er diesen Plan schmiedet in Civil War. Und das ist so geil. Wirklich einfach geil. War für mich ein super Gesamtpaket. Thanos, da streiten sich ja auch wieder alles. Da streitet sich wieder alles. Auf der einen Seite hätte er noch krasser sein können, weil er in Endgame halt einfach nicht das gezeigt hat, was er eigentlich tun könnte. In Infinity War hingegen war er halt einfach ein Badass. Und wir haben wirklich zehn Jahre lang auf ihn hingearbeitet, ihn dann zu bekommen. Und ja, ich kann mich nicht beschweren bei Thanos. Ich kann mich einfach bei Thanos als Gegner nicht beschweren. Er war einfach das Nonplusultra. Er hatte auch eine Storyline, die man irgendwie so ein bisschen nachvollziehen kann. Auch wenn die Herangehensweise falsch war, kann man es irgendwie ein bisschen nachvollziehen. Und dementsprechend, weil es eben auch bei Kilmonger war, kommt Thanos bei mir auch zu geil. Und jetzt seid ihr an der Reihe, meine Freunde. Was habt ihr anders gesehen? Was würdet ihr anders bewerten? Und wo sagt ihr einfach, boah, Average Man, bist du eigentlich dumm? Lass mich das gerne unten in den Kommentaren wissen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Und ich sage ciao. Und bis dennne.